hallo herzlich willkommen zu einem neuen schwenntag video ich bin simon und heute sprechen wir über die dinge die mich ziemlich stark berührt haben da gibt es natürlich ganz viel es wird noch mehrere videos dazu geben tut mir leid dass am montag kein video hochgeladen wurde ich habe einfach viel zu viel prüfungs stress aktuell aber erst am dienstag da sind die prüfungen aus in der uni und dann geht es auch richtig krass weiter dann geht es wieder volle kanne los ok heute die dinge die mich ziemlich stark berührt haben das erste ist eine folge von einer serie die wir alle lieben und zwar avatar der haltelemente und die folge ist die mit dem schlangen pass und dort war es ja so dass der angesein bietern verloren hat und dann am ende als sie dann den schlangen pass überquert haben hat dann die frau diese mitgenommen haben mit ihrem mann und einer weiteren frau die hat dann dass die fruchtbasis geplatzt und dann hat sie das kind gebären müssen und dann haben sie halt geholfen beim gebären des kindes und dann als das baby da war dann kam der angerein hat dann die familie gesehen und dann hat er tränen bekommen weil die familie so so schön war und dann hat der angesagt ich habe eine sehr schwere zeit hinter mir aber ihr habt mir wieder hoffnung gegeben und dann hat die mutter gesagt genau jetzt weiß ich wie ich unsere kind nennen möchte hope und dann standen katar und an gegenüber und da angesagt als ich die familie gesehen habe so vereint und voller liebe das hat mich einfach daran erinnert was ich für aber empfinden und was ich für euch empfinden haben sich umarmt das war so schön ich habe wirklich tränen bekommen das war einfach so toll ja die serie ist einfach so wundervoll so ergreifend ja dann die nächste ist die serie dr quinn die kennen die meisten von euch nicht aber sie ist sehr empfehlenswert und da geht es darum dass eine ärztin die mikaela heißt die hauptperson ist und die hat drei kinder geerbt und einen freund kennengelernt der heißt sally und der sally ist witwa der hat der mikaela sein haus überlassen und die verstorbene frau von sally ist die epigale und die epigale ist gestorben bei der geburt des kindes und dieses kind war dann auch noch eine fehlgeburt das ist der horror für jeden mann auf der welt nichts ist schlimmer als wenn die eigene frau stirbt bei der geburt und das kind ist dann auch noch eine fehlgeburt das ist ein albtraum das wünsche ich nicht meine schlimmsten feinden meine schlimmsten feinden nicht ja es war halloween die folge heißt übrigens stimmen aus dem jenseits und dann her wie das halt immer so ist bei solchen serien ist der westenserie übrigens dann stand die mikaela in der scheune und dann saß ich war eine frau hinter der war hinter der wand vorkommen und die man hat irgendwie gemerkt dass diese frau nicht menschlich ist ich kriege jetzt schon eine gänsehaut viel zu weise haut und so das hat man einfach gemerkt das ist was anderes und dann kam diese gruselige musik im niemand mehr und dann nur der wind so richtig spooky was dann soll so und dann nachts macht die mikaela auf und dann erscheint der mikaela diese frau mikaela fragt diese frau wer sind sie die frau sagt abigail und die mikaela fragt und was wollen sie die epigale sagt ich will dass sie sofort mein haus verlassen die epigale erschien dann noch zwei weitere mal in der nacht und dann hat die mikaela sich natürlich informiert was mit der epigale so war und was für ein mensch und so weiter und dann hat die epigale dann auch gesagt ja warum sie überhaupt erscheint und warum sie will dass die mikaela aus dem haus haus geht weil die mikaela hat jetzt alles was die epigale hätte haben müssen weil sie gestorben ist wenn die mit wenn die epigale überlebt hätte damals dann hätte sie das haus haben können sie die drei kinder haben können zum beispiel als hätte selber mit dem silent kind haben können und die epigale die wollte er jetzt kommt das ruhr und an der ganzen geschichte die epigale die wollte dem kind was sie nicht wirklich geboren hat also beziehungsweise was eine fehlgeburt war diesem kind wollte sie an schaukelpferdchen schenken weil das niemals passieren konnte hat die epigale keine ruhe gefunden und und so wandelt sie als erdgebundener geist quasi umher und die mikaela die hat dann den sali das schaukelpferdchen reparieren lassen und weil das war kaputt sonst dann hat die mikaela der epigale schaukelpferdchen geschenkt und dann hat die epigale das schaukelpferdchen ins jenseits mitgenommen und dort hat es dann ihrem kind schenken können schön oder ja jetzt geht es weiter mit der serie die wir wahrscheinlich auch alle lieben und das ist die serie wikings wer wikings geschaut hatte ist wahrscheinlich ein großer fan von der lager von der schild meint der größten schild meint aller zeiten und in der siebten folge von der sechsten staffel dass sie beerdigt worden und der ragnar der mann von der lager tat er war schon länger tot und die wikinger glauben ja daran dass es nach dem tod nach wala halla geht dem wikinger himmel und dann haben sie die lager tat beerdigt und dann standen sie vor der toten lager die da liegt und dann haben sie gesagt leb wohl lager tat möge dein wiedersehen mit ragnar in valhalla voller freude laut und voller liebe sein und die grunhild sagte leb wohl lager tat du hast mich gelehrt dass man sich als frau immer behaupten muss und das ist wahr und die tor wie hat dann sich dazu gesicht nehmen sie gesetzt sagt ich liebe dich mehr gibt es nicht zu sagen hab bitte ein auge auf meine beiden kinder die jetzt auch in valhalla sind und kümmere dich um sie hat sie geweint ich werde ohne dich weiterleben müssen und dann kommt das kleine mädchen und sagt dann zu lagarta leb wohl großmutter keine sorge die walküren werden dich abholen und ich nahe wandten wahlhalla führen und dann haben die wikinger die eisscholle gebrauchen wo dann die lagarta ins wasser versinkt und das kleine mädchen schaut natürlich der eisscholle durch und sieht dann die lagarta wie sie im wasser versinkt und dann kommt dann diese wunderschöne musik und dann leuchtet die lagarta so und leute ihr müsst es sehen ihr müsst es wenig verlinkt sich auch unter beschreibung unten damit es einfach sehen könnt ihr müsst das sehen unbedingt das ist der wahnsinn wüsste ich habe so geheult ja ich habe so geweint weil ich habe etwas gefühlt als auch die gunheld gesagt hat lebt wohl lagarta wir werden sondern in den hallen wir werden uns in den hallen der asen wiedersehen da habe ich so geheult weil ich wahrscheinlich in einem früheren leben selber auch ein wikinger war und dadurch ich habe ich mich einfach erinnert ja ich habe dort hat einfach meine seele zu mir gesprochen ich kenne das von einem früheren leben diese situation ja das ist einfach so schön ich habe so geweint leute das könnt ihr euch nicht vorstellen ja wahnsinn wahnsinn das war wirklich krass das war ein gefühl das kommt das kommt von außen das das kann man nicht psychologisch erklären das geht nicht das war ein ganz intensives gefühl das von außen kam ja dann habe ich ein buch gelesen das heißt du bist alles was ich brauche den wahren seelenpartner finden und in diesem buch da gab es eine geschichte die mich zutiefst berührt hat da gab es eine frau die hat sich mit ihrem mann auseinander gelebt und das wurde immer schwieriger und die beziehung machte immer weniger sinne die frau war immer verzweifelter da traf die frau einen anderen mann der hieß reiner und dieser mann hat er sehr viel geholfen und war sehr liebevoll zu ihr und er wusste nicht ob sie mit dem reiner zusammen gehen soll oder ob sie zu ihrem alten mann zurückkommen soll und der reiner sagte zu ihr also wenn du dich für deinen mann trennst dann werde ich für dich da sein dann saß die frau mit ihrem ehemann im auto hat sich mit dem ausgesprochen und so wurde die beziehung wieder gerettet und dann kam das krasse dann fing auf einmal die stimme vom reiner an zu sprechen der eine war nicht im auto die die stimme kam einfach und dann hat der eine irgendwas gesagt wodurch dazu der leser ganz klar zusammenzählen konnte dass das alles von anfang geplant so ist dass der reiner gekommen ist ja als lichtwesen in menschengestalt und und dann hat der reiner quasi dafür gesorgt dass die beiden wieder zusammenkommen von anfang an geplant war dass die bei wieder zusammenkommen und der reine da war nur als hilfe daher und dann hat er sich quasi noch mal bei ihr gemeldet und er somit gesagt ich bin kein mensch ich bin nur lichtvolles wesen das geschickt wurde damit die beziehung weitergeht ja das ist so krass es war unfassbar leute ich habe so die gänsehaut bekommen das ist einfach irre wenn ich diese geschichte wieder finde dann lese ich euch gerne vorher schreibt mir die kommentar wenn ich das interessiert und genau und dann geht es weiter mit dem nächsten und zwar ja schaut euch unbedingt an auf youtube army der junge von den sternen schaut euch das an schaut euch das unbedingt an leute ich ich verspreche euch eurer seelen fangen zum leuchten wenn euch das anschaut ist ein kostenloses hörbuch dauert sehr lange aber es lohnt sich glaubt es einfach das ist eines der schönsten dinge vielleicht sogar das schönste was auf youtube überhaupt gibt ja army der junge von den sternen eine krasse stelle ja der arme der kam ja als auslöser auf die erde und hat dann den petrito den menschen mitgenommen zu einem anderen planeten und dann ein jahr später hat der arme versprochen er kommt wieder und dann hat dann irgendwann der petrito gezweifelt dass der arme jemals wiederkommt und dann hat er sich gedacht ja war es uns alles nur ein traum gewesen also schon gefragt und dann auf einmal ich bin kein traum sagte ihm eine bekannte stimme und dann stand auf einmal hinter dem dami das ist so krass heute ich sag's euch ich hab so die ich bin explodiert ja vorgänsehaut wahnsinn wahnsinn leute in diesem moment also das gesagt hat krass ja dann die serie x faktor die lieben wir auch alle da kennen wir alle die geschichte wo eine künstlerin park gewesen ist dann eine frau sah und hat einfach das gefühl gehabt sie muss diese frau malen und saß sich neben sie und hat dann gesagt hey ich würde sie gerne malen sie haben so ein diesen ausdruck im gesicht den fand ich inspirierend ich bezahle auch dafür da sagt die frau die alte frau ich bin nicht interessiert haben sie t hat gesagt ja ich weiß gar nicht wohin damit sondern hat die künstlerin et angeboten bei ihr sich zu hause hat die frau dann gemalt und dann hat die künstlerin ihre eigene mutter eingeladen in der atelier zu schauen und dann verhängt natürlich das bild von der frau dass die künstlerin gemalt hat und die mutter von der künstlerin hat gefragt wer ist das die frau die künstlerin sagt das ist tanz so heißt die sagt die mutter tanz weißt du wo sie ist kannst du mich zu führen sagt die künstler ja klar die war park da ist hier immer dann gehen die beiden zur der frau hin und dann kam das große wiedersehen und dann kam raus dass die tanz die mutter von der mutter der künstlerin ist das heißt die tanz ist die großmutter der künstlerin sie hat in auschwitz überlebt und sowohl eigentlich schon die mutter mit dem tod ihrer eigenen mutter abgeschlossen hat von der tanz aber ich hatte überlebt dann haben sich alle drei abends das war so toll dass sie sich weinend alles am amt haben das hat mich wirklich so was von ja geflasht wahnsinn war wirklich krasse okay dann eine geschichte aus meinem echten leben das gerade erst wie gerade erst passiert ist und zwar dann haben wir jemanden bestattet am see und zwar haben wir arsch in den see eingetan haben dann uns verabschied von demjenigen den wir bestattet haben dessen asche jetzt im see ist und eine frau die hat dann seine anwesenheit gespürt und hat dann geweint und hat dann richtig krass gespürt weil er so hell fühlen war dass er wirklich weggegangen ist dass er wirklich jetzt auf der anderen seite ist und weil sie so geweint hat habe ich dann auf den rücken gestreichelt so ganz sanft wie ich halt bin und dann ist zu mir gekommen und hat zu mir gesagt hey bist du derjenige der mich gestreichelt hat vor allem habe ich mir gesagt ja genau dann sagt sie ja das war so schön das war so als ob ich in engel streichen würde und hat sie mit mir später noch gesprochen das war so ein tolles geschenk dass du mich gestrahlt das war so wunderschön und dann haben wir kontakt ausgetauscht und zufälliger weise liest sie gespräche mit gott ebenfalls wahnsinn der leute es war sowie von oben geführt ich habe davor hat den gott auch darum gebeten mit zeichen zu geben dass sie wirklich existiert oder dass sie wirklich existierte und das sind als so sachen die passieren einfach nicht auf der es war einfach einfach wundervoll also die dinge die im echten leben passieren das sind immer noch die schönsten dinge mit anderen menschen gemeinsam diese ergreifenden dinge die sind die die einen menschen am meisten umbauen können ja dann habe ich natürlich auch dieses video gesehen mit dem titel das traurigste wieder der welt wer da nicht weint hat man ein ganz süßes kleines chinesisches mädchen gesehen dass ihrem vater einen liebesbrief geschrieben hat mein vater ist der sanfteste der freundlichste der klügste der liebste und der großzügigste und so weiter und dann am ende kommt etwas raus dass er lügt bei einer bestimmten sache und dann weil er einfach das mädchen schützen wollte weil er einfach das mädchen nicht belasten wollte ja das müsste ich unbedingt anschauen ja ich verlinke es euch ja unten in der beschreibung das ist so krass das video das ist so so traurig und so schön gleichzeitig das sieht man mal was man alles für seine tochter zu oder was der vater für seine kleine tochter zu oder ja dann noch das video es gibt keinen tod von my dear allein schon die stelle und die frage wenn zum lebensleben nach dem tod geht und die frage ob es ein wiedersehen mit übergegangen geben wird klarer antwort ja es wird immer ein wiedersehen geben und am ende des videos sagte sie deswegen stellt jetzt die frage was gibt deinem lebensinn und finde eine tiefe liebe für dieses leben dieses der weg schaut euch das unbedingt an leute es gibt keine tod von my dear ich verlinke es euch unten auch in der beschreibung schaut es euch an leute ich sage es euch und die die musik im hintergrund die ist so die passt einfach die ist so die ist einfach so wundervoll die ist so schön dieses video das hat mich so umgehauen tut man könnte so weinen wenn man das video sich anschaut die ganze zeit über leute es ist einfach es ist so traumhaft diese worte sie gewählt hat das macht ja so schnell keiner nachher schaut ihr das unbedingt an schaut euch das unbedingt an leute unbedingt ja leute das war die dinge die ich richtig krass berührt haben ich hoffe es hat euch auch berührt und das berührt euch auch wenn ich die videos anschaut ich hoffe sehr dass euch gefallen hat und ich konnte auch mal diese andere seite von euch zeigen die ich auch noch hab nicht nur diese radikal ehrliche direkte seite wo ich alles auseinander nehme sondern einfach auch diese gefühlvolle sensible seite an mir und ja ich hoffe es hat euch gefallen das war ein kleiner exkurs in meine gefühlswelt am dienstag wird es nicht weitergehen ich habe schon ein video aufgenommen ich muss noch schneiden und dann wird mit meinem kanal so richtig der wird dann so richtig abgehen das war freue ich mich schon drauf ja die nächsten zwei monate werden die beste meines lebens davon bin ich überzeugt ich habe viel vor ok leute das war's mit dem heutigen video ich hoffe es war berührend für euch und bis zum nächsten mal was gut alles liebe und bis zum nächsten mal was